Ladies and Gentlemen, liebe Kampfsportfreunde, it's time to fight! Der Kämpfer, der Otoleck, ist 30 Jahre alt, 110 Kilogramm schwer, 1 Meter und 95 groß. Seine Kampfbilanz, 24 Kämpfe, 21 Siege, 7 davon durch, knock out. Er ist momentan die Nummer 2 der WKU-Weltgangliste. Der Kämpfer tritt an für das Bloodline Gym und seiner älteste Trainer, Paul Maroot. Brav und her, aus dem Kongo, er ist aus London, England, Kazani Kinkas Mwamba! Sein Gegner, der Otoleck, ist 26 Jahre alt, 100 Kilogramm schwer, 1 Meter und 91 groß. Seine Kampfbilanz, ungeschlagen. 26 Kämpfe, 26 Siege, 21 davon durch, knock out. Er ist am Kieren der WKU-Weltmeister im Superschwergewicht, tritt an für das Kampfsportzentrum Steko. In seiner Ecke, die Ex-Weltmeister, Pavliza und Blaren Steko, Svanko Josefowitsch und Kappmann, Thilo Kuttler. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, the Champion aus München, Michael Michi Schmein! Der Kampf ist angesetzt auf 5 Runden. Die Kämpfer sind bereit. Michael Smollig ist zu einem Star geworden. Herzlich Willkommen hier am Ring zum nächsten Auftritt des deutschen K.O. Großmeisters. Alle erwarten ja von Smollig inzwischen, dass er ratzfatz Tabulerasum in seinen Gegnern macht. Zuletzt schaute er Landa Binovci, immerhin Schwergewicht-Weltmeister. Kurzfristig ab und hier direkt wieder ein spektakulärer Kampf. Drehkick zum Körper von Wamba, aber das ist der bislang stärkste Gegner, den er vor den Fäusten hatte. Durchtrainiert, der Mann aus dem Kongo, der in Wamba lebt und fängt da diesen Drehkick zum Körper und muss runter. Und da liegt er am Boden und Filippović steht über ihn und ich glaube nicht, dass er nochmal hochkommt und dann packt er es nochmal. Filippović zählt, Filippović zählt und dann ist auch so unglaublich dieser Michael Smollig. Was hat er alles drauf? Was macht er da mit seinen Drehkicks? Unfassbar! Da kommt dieser Kasati, Kingkatz in Wamba, Sieg ist egal, durchtrainierter Kerl, 1,95 Meter. Hat sich so viel vorgenommen, hat gesagt, ich block die Dinger ab, kein Problem, da soll mal angeflogen kommen. Der Michael Smollig mit dem Kongo angeflogen und dann ist die Kiste vorbei! Da kommt der Dinger im Lachen nicht raus in der Ringecke, im Laden, Steko, Pamelsa, Steko. Was für ein Kerl, die ja Michael Smollig. Tja, was hat er noch alles drauf? Es kommen wieder viele und sagen, da muss man einen harten Gegner kämpfen. Das war die Nummer 2 mit der WKU-Rangliste. Es gibt einige Olländer, die sind ja bei Gloria und Vertrag, die sollen unbedingt nicht gegen ihn antreten. Also, hier, Achtung, zack, auf die kurze Rippe, dann nochmal auf die kurze Rippe. Da hat er schon mal leicht gezuckt. Und dann dieser Drehkick-Zuck-Kopf. So, und wir machen eine kurze Pause und dann das Urteil. So, und wir machen eine kurze Pause.